Was geht ab YouTube? Heute machen wir eine Review zur EP Kamehameha von Farid Bang Ähm, ja, das ist die EP vom Album Lass mich nicht lügen Das müsste Genki Dama gewesen sein, genau Ähm, ja, hier ist das gute Stück Die 5 Songs, richtig geil Also ich muss sagen, die EP hat mir echt mega gefallen Also ich fand sie in der Noah Gang, fand ich mega geil Always, was, alles, alles, genau Äh, glaub ich mal, so heißt das Äh, Feed Johnny fand ich meh auch sehr geil Musikalisch richtig gut Und Nada City Gang, mein Favorite Song von der EP Mega geil Also wirklich, das ist eine richtig geile EP, so 5 Songs Und das lässt sich auf jeden Fall sehen Also kann es, ey, man kann es sich richtig geil pumpen Ja, ist halt natürlich nur maximal 13 bis 15 Minuten lang Aber, ja, was erwartet man halt von der EP Also fand ich ganz gut Ich gebe der EP auf jeden Fall, also Also IP mäßig eine 9 von 10 Und ja, das war's von mir Leute Macht's gut und Ich gebe das, aber wir kommen dann halt von mir Tschüss Ja, Malso